Hallo liebe Kinder, mein Name ist Bernhard und Bianca. Und ich suche auf diesem Wege eine Partnerin, die zu mir passt. Ich spinne gerne, bin ein leidenschaftlicher Reisender und meiner Partnerin verlange Ich verlange einiges ab, nicht nur beim Federballspielen. Besucht mich bald wieder Kinder. So Lisa, jetzt haben wir den Bär wieder gehört, gell? Kommen wir wieder weiter. Auf jetzt, los! Nein, noch mal den Bär!